Hallo Menschen, heute möchte ich über die gelesenen Bücher aus der ersten Hälfte des Monats August sprechen. Bevor ich aber inhaltlich zu den Romanen komme, wollte ich nochmal zwei Sachen erwähnen. Und zwar wurde ich im Januar zusammen mit Fährsthand und vielen anderen so ein bisschen aus der Booktube- und auch Verlageszene interviewt von einem Herrn des SWR. Das heißt, es ist ein Rundfunkbeitrag und der ist inzwischen fertig. Es gibt eine halbstündige Version, die etwas gekürzt ist und das Ganze vielleicht auch nicht immer so gut erklärt, und eine lange Version. Ich verlinke sie euch beide mal unten. Wenn ihr die Zeit habt, würde ich euch die längere Version empfehlen, aber ja, falls ihr überhaupt Lust habt, es zu sehen. Und dann gibt es noch ein zweites kleines Interview mit mir und einem Herrn Markus Mötz, der aber eher so ein paar Sachen gefragt hat für Leute, die sich eben mit Booktube noch überhaupt nicht auskennen. Das heißt, da sind eigentlich zum Großteil Infos drin, die ihr, glaube ich, alle schon kennt, wenn ich mich jetzt recht erinnere, aber ich verlinke es euch einfach trotzdem immer. Und dann geht es auch schon los mit den Büchern. Mein August begann wie der so viele andere Leute mit Harry Potter and the Curved Child. Dazu gibt es eine Einzelrezension von mir. Was, Überraschung, meine meistgeklickte Rezension hier auf diesem Kanal ist und ich bin mir noch nicht so richtig sicher, was ich davon halten soll, weil es vielleicht auch nicht ganz so repräsentativ für meinen Kanal ist. Auf jeden Fall halte ich dieses Video spoilerfrei und ich will es hier jetzt kurz fassen. Ich bin ganz gern in die Welt zurückgekommen, ich hatte wirklich Lust darauf, hatte ja vorher auch nochmal alle Harry Potter Teile gelesen, aber man muss zugeben, dass der Plot wirklich Hanebüchen ist. Also da sind große Fehler drin und ich will natürlich nicht zu viel verraten, aber man kann so vieles daran auseinandernehmen und es ist unlogisch oder passt einfach nicht zu den Charakteren, passt nicht zu den Menschen. Das heißt, ich würde es eigentlich wirklich nur Leuten empfehlen, die unbedingt wieder in die Welt zurückkehren möchten und vielleicht über ein paar Schwächen in der Handlung hinwegsehen können. Danach las ich dann Fegefeuer von Sophie Oxanen. Das war entweder mein Geburtstag oder mein Weihnachtsgeschenk von First Sun. Das heißt, ich habe ein ganzes Stück gebraucht, um mich ranzumachen und bin so, so froh, es jetzt gelesen zu haben, denn es war sehr, sehr gut. Inhaltlich geht es los mit einem Treffen zwischen der schon recht alten Alide True, ich hoffe, ich spreche die estnischen Namen halbwegs ordentlich aus, und der noch jungen Zara, die in Alide True's Garten als ein regloses Bündel einfach liegt. Und dann erfahren wir halt in einer Art Parallelerzählung, sowohl aus der Vergangenheit der beiden Frauen und eben der Gegenwart, wenn sie miteinander sprechen, versuchen, sich kennenzulernen, warum ist die überhaupt dort und so weiter und so fort. Bei Alide ist die Vergangenheit halt rund um den Zweiten Weltkrieg und danach dann Estlands Eingliederung in die Sowjetunion. Bei Zara ist es so, dass sie unbedingt in den Westen gelangen wollte, sich davon halt sehr, sehr viel versprach, es letztlich auch schafft, aber nicht wirklich auf die schöne Art und Weise, wie sie sich das immer so erträumt hatte. Sophie Oxane lässt sich sehr, sehr viel Zeit mit der Charakterentwicklung. Ich muss zugeben, so auf Seite 60 habe ich auch mal ganz kurz gedacht, na komm, jetzt brauche ich aber langsam ein bisschen mehr, ich will was wissen, wer sind die Leute und so weiter und so fort. Aber spätestens mit den Rückblicken in den Zweiten Weltkrieg, ich weiß, es ist sehr klischeehaft bei mir, fand ich das absolut mitreißend. Das ist halt eine Sache, die mich immer wieder interessiert und über jetzt Estland zu der Zeit habe ich wirklich noch so gut wie gar nichts, glaube ich, gelesen. Vielleicht kam es mal irgendwie am Rande vor, aber ich las definitiv keinen Roman, der sich da drauf konzentriert. Es gefiel mir sehr, sehr gut, wie komplex die Charaktere sind, auch in ihrer Vergangenheit. Aber, und das ist etwas, was ich nicht als Spoiler empfinde, einfach weil es bei mir auch im Klappentext steht, es ist etwas, was wir im Buch erst etwas später herausfinden, was man sich aber irgendwie auch schon so ein bisschen denken kann. Das heißt, ich finde nicht, dass das ein Spoiler ist, aber ich versuche es nicht zu vergessen, euch hier einzublenden, wo ihr hinspringen sollt, wenn ihr das nicht wissen wollt. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich ganz gerne mal eine Geschichte über eine Frau, speziell auch während des Zweiten Weltkriegs, aber nicht nur, lesen möchte, in der eben der Protagonistin auch mal etwas anderes Schlimmes passiert als eine Vergewaltigung. Das haben wir so oft, und ich meine, es ist vermutlich während des Krieges sehr, sehr oft auch passiert, ich will das ja auch nicht wegreden, aber Männern passiert immer sonst was Schlimmes. Die haben viele verschiedene Möglichkeiten, und bei Frauen ist es halt so, so oft die Vergewaltigung. Das ist mir auch damals bei Das achte Leben für Prilka aufgefallen, dass halt irgendwie immer geht es halt um Vergewaltigung oder Kindesverlust oder dergleichen. Und ja, das einzig Gute ist, dass es hier nicht so das Einzige und das Große Schlimme ist, was sie komplett prägt, sondern sie haben noch ein großes Leben drumherum, und deswegen fand ich das ganz okay, aber ich wollte es mal erwähnen, es kommt dann wirklich immer wieder vor. Ich bin beiden Frauen sehr, sehr gerne gefolgt, obwohl sie definitiv nicht nur sympathisch sind. Also gerade Alide, würde ich sagen, ist kein guter Mensch, aber das hat sie natürlich sehr interessant und vielseitig gemacht, meiner Meinung nach. Ich bin sowieso ein großer, großer Freund davon, wenn man eben irgendwie noch so das persönliche Schicksal mit der Geschichte eines Landes verbindet. Das ist immer eigentlich die Art und Weise, wie ich am liebsten von geschichtlichen Ereignissen höre. Und was ich auch ganz, ganz toll fand, ist tatsächlich, dass dieses Symbol der Fliege immer wieder auftaucht und man das in verschiedene Richtungen interpretieren kann. Aber meistens geht es halt so in die Richtung, dass es etwas Unreines ist, was man nicht vertreiben kann. Eben auch Gedanken eventuell, gefiel mir sehr, sehr gut. Auch sprachlich mochte ich es. Es ist nicht immer aufgeladen, was ja auch in einem Roman dann doch immer mal ein bisschen nervig kann, aber es ist gespickt mit wirklich schönen Formulierungen und eine davon möchte ich euch mal vorlesen. Die Großmutter hatte sie angesehen, zum ersten Mal direkt angesehen, und Sarah hatte gespürt, wie der Blick der Großmutter ihr ins Innere, in den Mund und in den Hals drang und wie es ihr die Kehle zuschnürte und wie der Blick ihr die Kehle hinab zum Herzen drang und wie er ihr das Herz zusammentresste und vom Herzen war ihr in den Leib geflossen, dass es ihr den Magen umdrehte und er war ihr in die Beine geflossen, die anfingen zu zittern und aus den Beinen war ihr in die Fußsohlen geflossen, dass sie kribbelten. Und er war heiß geworden und Großmutter hatte gelächelt. Aus diesem Lächeln war ihr erstes gemeinsames Spiel entstanden, das einen Wortspross um den anderen treibend zu blühen begann, dunstig und gelblich, so wie tote Sprachen blühen, und so anmutig knisterte wie eine Grammophonnadel und so klang, wie Stimmen unter Wasserklingen. Leise und flüsternd war ihnen eine eigene Sprache erwachsen. Das war ihr gemeinsames Geheimnis, ihr gemeinsames Spiel. Also es ist atmosphärisch, meiner Meinung nach, wieder schön dicht, das ist eine Sache, die mir sehr gut gefällt und wirklich an keiner Stelle jetzt irgendwie locker leicht. Und das ist ja dann eigentlich genau mein Buch von mir, also eine Empfehlung. Danach las ich als E-Book die Vegetarierin von Han Kang, die es jetzt übrigens auch auf Deutsch gibt. Und da beschließt Yong hier nach einem bedrohlichen, bedrückenden Traum, keine tierischen Produkte mehr zu sich zu nehmen. Das heißt, meiner Meinung nach ist sie eigentlich Veganerin, aber alle sagen irgendwie immer Vegetarierin. Es geht auch eigentlich viel weniger darum. Also Han Kang nimmt diesen Vegetarismus eigentlich nur als Ausgangslage für eine Geschichte voller Obsessionen, also wirklich in jeglicher Art. Jeder hat irgend so eine kleine Besessenheit. Dann natürlich auch um Unterdrückung, um Selbstbestimmung. Es geht viel um Aufmerksamkeit, wem man die schenkt, wann man die bekommt, ist die positiv, negativ und auch um Isolation. Das sind alles Themen, die mir sehr gut gefielen, die sehr bedrückend wirken dann mit der Zeit. Ein interessanter Aspekt, den ich in den meisten Büchern auch mag, ist der Fakt, dass eigentlich ja unsere Protagonistin selbst ganz selten zu Wort kommt. Eigentlich immer nur dann, wenn sie mal von dem Traum spricht. Und ansonsten wird das Ganze zunächst aus der Sicht ihres Mannes erzählt, der so eine Art langweiliges Arschloch ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich gebe euch ein Zitat dafür. Vielleicht merkt ihr es dann. Bevor meine Frau zu Vegetariern wurde, hielt ich sie in jeder Hinsicht für völlig unscheinbar. Um ehrlich zu sein, fand ich sie bei unserer ersten Begegnung nicht einmal attraktiv. Und etwas weiter unten? So fühlte ich mich weder von ihr angezogen, noch abgestoßen und sah daher keinen Grund, sie nicht zu heiraten. Im zweiten Teil erzählt dann Yonghies Schwager, der, nachdem er eine bestimmte Info über sie bekommt, dann zunehmend auch besessen von ihr ist. Und im dritten Teil haben wir dann noch ihre Schwester, die wirklich auch weit entfernt von glücklich ist. Also es ist kein sehr positives Buch, was, wie wir dieses Video schon festgestellt haben, immer eine gute Sache für mich ist. Dementsprechend fand ich die Stimmung in diesem Buch sehr, sehr toll. Auch dafür möchte ich euch zwei Zitate geben. Nummer eins. Was sich dort angesammelt und festgesetzt hat, das sind Schreie und Gebrüll. Und die kommen vom Fleisch. Ich habe zu viel davon gegessen. All die Seelen sind dort eingeklemmt, da bin ich sicher. Blut und Fleisch werden verdaut, die Nährstoffe überall im Körper verteilt. Der Rest wird ausgeschieden. Aber die Seelen klammern sich hartnäckig in meinem Magen fest. Und die Nummer zwei. Ich möchte einmal, ein einziges Mal, einen großen Schrei ausstoßen können. Ich möchte in die Dunkelheit hinauslaufen, die sich jenseits der Fensterscheibe befindet. Würde das den Knoten auflösen können? Wäre das möglich? Keiner kann mir helfen. Keiner kann mich retten. Keiner kann mir das freie Atmen wiedergeben. Das ist wirklich so eine Abwärtsspirale, kann man sagen. Denn wenn jemand einfach nur aufhört, Fleisch zu essen, okay, da ist ja nicht so viel dahinter, aber es steckt halt wirklich noch mehr da drin. Ich muss aber auch sagen, dass es sprachlich sehr schlicht ist. Also wir haben zwar immer so diese bedruckende Atmosphäre, aber selten schöne Formulierung. Das ist alles sehr, sehr einfach. Kurze Sätze und es gab sogar ein paar Stellen, die fand ich regelrecht nicht so toll. Um euch ein Beispiel zu geben, mein Handgelenk tut mir nicht mehr weh. Es ist mein Herz, das Schmerz. Und das ist für mich so ein No-Go. Ist vielleicht eine Übersetzungssache. Ich hoffe, dass es im Original vielleicht anders formuliert ist, aber es fiel dann auf, dass es einfach wirklich so geradlinig erzählt ist. Es ist ja dann auch immer, wie gesagt, aus der Sicht der Leute in Ich-Perspektive, die eben vielleicht keine Literaten sind. Das merkt man eben ein bisschen. Das heißt, im Großen und Ganzen fand ich das gut. Würde sogar sagen, ja, lese das. Aber es ist jetzt noch kein Lieblingsbuch dieses Jahr. Ich könnte mir aber vorstellen, durch die ganzen vielen Themen, die dahinter sind, dass es mich noch eine Weile beschäftigt. Vielleicht ändert sich das also noch mal ein bisschen bisher solide. Danach lese ich ein Buch, was ich vom Titel und vom Cover her aus eigenem Antrieb vermutlich nie in die Hand genommen hätte, aber was von mehreren englischsprachigen Booktümern unabhängig voneinander empfohlen wurde. Das ist auch keine Neuerscheinung, sondern die haben dann nacheinander alle davon geredet. Und zwar ist das Die besondere Traurigkeit von Zitonenkuchen von Amy Bender. Das fällt in die Sparte magischer Realismus, würde ich sagen, auch wenn ich mir da immer noch nicht so ganz sicher bin, warum das keine Fantasy ist, aber darüber kann man in einem anderen Video diskutieren. Auf jeden Fall merkt unsere Protagonistin Rose kurz vor ihrem neunten Geburtstag, dass sie im Essen die Gefühle des Zubereiters herausschmecken kann oder fühlen kann, aber auch so ein paar Hintergrundsachen, also wie das Essen entstand, die Fabrik, die Arbeiter dort oder die Tiere, ob die glücklich sind und so weiter und so fort. Und speziell bei ihrer Mutter merkt sie halt oft eine tiefe Traurigkeit und Unzufriedenheit. Das Ganze wird in Ich-Perspektive erzählt und in der ersten Hälfte des Buches muss ich sagen, fand ich es eben nett, sag ich mal. Wir hatten so diese Kinderperspektive, die eben die Probleme in ihrer Familie zum ersten Mal so richtig bemerkt, aber mehr war es halt auch leider nicht. Und in der zweiten Hälfte des Buches geschieht dann noch ein Ereignis, was auch so in die Richtung magischer Realismus fällt. Und das war mir persönlich dann aber zu seltsam oder zu aus dem Nichts. Also ich konnte so meinen Realismuswunsch einmal unterdrücken, halt so für Rose, wo ich sage, okay, die kann das halt. Aber bei dem anderen Ereignis war es mir dann so, wo kommt das denn her? Ich brauche hier jetzt mal eine Begründung, was ist denn hier eigentlich gerade los? Gleichzeitig wird das Ganze durch dieses Ereignis aber auch etwas ernster, was mir sehr gut gefiel. Und wir lernen auch den Vater der Familie etwas besser kennen, der zuvor etwas zu kurz kam, meiner Meinung nach. Das heißt, schon ein paar interessante Aspekte für mich, aber im Endeffekt wirklich nur okay. Also es wird eigentlich nur besonders halt so durch diesen magischen Realismus, dadurch, dass das nicht wirklich normal ist, hat mich aber literarisch oder von den Themen her noch nicht vollkommen überzeugt. Dem folgte dann Die Raben von Thomas Bannerhead, wozu es auch eine Einzelrezension gibt, weswegen ich mich hier wieder kurz fassen möchte. Im Kern geht es so ein bisschen um die Probleme des jungen Klaas, der den Bauernhof seines Vaters halt nicht übernehmen will, aber das ist nur so die Grundlage auch für eine Erzählung über psychische Störungen und dabei ganz viele symbolträchtliche Beobachtungen. Also auch die Raben treten selten jetzt einfach nur als die Vögel auf, die sie halt sind, sondern es sind immer irgendwie Todesboten oder dergleichen und dann wird das Ganze halt zunehmend bedrohlich. Und auch hier schließe ich das Video so mit ein bisschen Es war wirklich interessant, es hatte eine schöne, dichte Atmosphäre und es ist aber noch nicht mein Lieblingsbuch für 2016, was natürlich auch nicht jedes Buch sein muss, das wäre natürlich dann auch Schwachsinn, aber es gab eben so ein, zwei Sachen, die mich noch nicht hundertprozentig überzeugt haben, was vielleicht auch daran lag, dass ich zum Beispiel mit dem Schreibstil nicht rechnete und im Detail gehe ich dann nochmal in dem anderen Video drauf ein. Dann brauchte ich mal etwas in eine ganz andere Richtung. Ich wollte vielleicht auch mal ein bisschen weg von diesen charakterbezogenen Büchern und entschied mich für Level von Yu Hawe, den zweiten Teil der Silo-Trilogie, der aber eigentlich die Vorgeschichte erzählt. Trotzdem würde ich jedem empfehlen, es in der Reihenfolge eben zu lesen, wie es publiziert ist, denn hier verliert der erste Teil so ein bisschen seinen Witz. Ich fand es unglaublich befriedigend, endlich die ganzen Hintergrundinfos zu bekommen. Ich bin sowieso jemand, der es mag, wenn man langsam versteht, was denn eigentlich Sache ist. Tatsächlich ist es letztlich ein Ding, was ich oft nicht nachvollziehen kann, aber nicht, weil ich es unrealistisch fand, sondern weil es einfach so weit weg von meiner Lebenssituation ist. Also es geht halt hier viel um Macht und alle Fäden in der Hand halten zu wollen und dass man für die gesamte Menschheit entscheidet und dergleichen. Das ist irgendwie so eine Sache, die ich absolut nicht möchte, aber ich kann verstehen, dass es Menschen gibt, die in diese Richtung handeln. Es hat meiner Meinung nach schon ein paar Fehler oder einfach so schwache Stellen im Plot. Zum Beispiel, wenn jemand, der eben etwas Verbotenes tun möchte, so in diesen Raum, der Wächter kommt und sagt, ach komm, du bist doch bestimmt müde, ich übernehme deine Schicht. Und derjenige sagt, ohne darüber nachzudenken, ach, das ist aber nett von dir, dann hau ich mal ab, ist doch mir egal, was du hier machst. Finde ich immer ein bisschen unrealistisch. Ich mochte es aber sehr und war positiv überrascht davon, dass wir hier weitestgehend einen sehr ruhigen Erzählton haben, der aber trotzdem immer spannend bleibt durch die verschiedenen Perspektiven, die wir haben und auch die verschiedenen Zeitebenen. Aber es gefiel mir eben sehr gut, dass es nicht ständig Action ist. Und dann hatte ich zwar nicht mehr geplant, mir ein neues Buch zu kaufen, aber ich wollte jetzt mal unbedingt eine Reihe beenden und kaufte ich mir also noch Exit und ich liebe das Gefühl, Reihen zu beenden. Das ist großartig. Ich mochte den zweiten Teil vielleicht einen Tick mehr, was unter anderem eben an diesen Zeitebenen lag, die so einen schönen eigenen Sog entwickelten und darin, dass wir in diesem Buch jetzt zwei Subplots hatten, die mir persönlich einfach ein bisschen auf die Nerven gehen. Das war unter anderem ein kleines Mädchen, was so bei der geringsten Ablenkung immer wegrennt und sich von der Gruppe entfernt und dann auch noch so einen Hund findet und das das ganze Buch über immer Wälpchen nennt. Und dann hatten wir halt auch noch so ein paar religiöse Fanatiker, was ich einfach alles so unnötig fand. Also es entstehen natürlich halt immer so kleine Schwierigkeiten, ständig muss man das Gür suchen oder die Fanatiker versuchen eben Fortschritt zu verhindern und wir haben dabei eigentlich so ein großes, wichtiges Problem zu lösen und die ganze Sache mit dem Silo und stattdessen verschwenden wir, sag ich jetzt mal, Zeit für solchen Kokolores. Es ging mir persönlich etwas auf die Nerven, ist jetzt aber auch nur eine Kleinigkeit. Inhaltlich will ich sonst jetzt gar nicht mehr verraten, das wäre dann zu viel, aber ich wollte noch mal allgemein ein paar Worte zu der Reihe loswerden, denn ich finde die Bücher wirklich solide. Und das klingt irgendwie auf Booktyp immer schon fast so ein bisschen negativ, als wolle man nicht zugeben, dass es einem nicht gefallen hat, aber ich meine das wirklich so ein bisschen wertneutral, denn ja, ich breche jetzt auch nicht in Begeisterungsstürme aus, es hat so, wie gesagt, ein paar schwache Stellen in der Handlung und es ist auch sprachlich nichts Besonderes, sondern erzählt wirklich einfach nur die Geschichte, aber gerade die gefiel mir, diese Idee dahinter. Ich weiß, das hatten bestimmt schon andere Leute vorher, aber ich las das eben zuerst bei YouHurry mit diesem Leben unter der Erde, also außer bei Metro, aber das ist eine ganz andere Idee dahinter und ich mag es, dass wir halt jetzt eine komplexe Welt haben. Wir haben eben nicht nur jetzt ein dystopisches System und so nach dem Motto, jetzt ist es halt so, sondern wir erfahren die ganzen Hintergrundinfos, warum das so ist, wie die Leute leben, wir haben verschiedene Perspektiven, ganz viele Charaktere, die tatsächlich dann auch mal sterben, das finde ich so sympathisch, die wechseln und im Großen und Ganzen kann ich die Reihe also empfehlen, wenn ihr zwischendurch halt immer mal ein bisschen was haben wollt, was sich nicht nur auf die Charaktere konzentriert, also genau deswegen war ich ja auch gerade in der Stimmung, ich hatte vorher viele Charakterkonzentriertes gelesen und mochte es jetzt auch mal wieder so ein bisschen was zu lesen, wo es um eine fortschreitende Handlung geht. Und dann beendete ich die erste Hälfte dieses Monats mit Of Mice and Man von John Steinbeck, was ich mochte, wenn ich auch einfach durch die vielen positiven Stimmen einfach noch einen Tick mehr erwartet hätte, es aber eben trotzdem empfehlenswert finde. Es geht hier um den Wanderarbeiter George, der mit dem sehr großen, kräftigen Lenny unterwegs ist, der aber wiederum geistig zurückgeblieben ist. Er ist eigentlich wie ein großes Kind, er kann auch seine Kraft überhaupt nicht einschätzen, weswegen er dann immer unabsichtlich manchmal kleine, niedliche Lebewesen tötet, weil er sie eigentlich nur streicheln will. Und George kümmert sich eben ein bisschen um ihn, er ist zwar auch manchmal genervt davon, aber bleibt letztlich doch immer bei ihm. Und das Verhältnis zwischen diesen beiden, beziehungsweise ihre Träume, stehen eben im Zentrum. Wir erfahren aber auch viel über die Zeit während der Weltwirtschaftskrise allgemein und wie das wiederum Einfluss nimmt auf das Verhalten der Menschen untereinander, also zum Beispiel wie man Schwarzen begegnet und dergleichen. Und dabei ist das Ganze immer sehr, sehr dialogkonzentriert. Und da die Leute eben im Dialekt sprechen, war es für mich halt keine schöne Sprache. Also es ist vermutlich sehr realistisch, wie damals geredet wurde oder heute noch, aber ich glaube, das könnte es sein, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Ich fand halt auch durch diese starken Dialoge und die Kürze erinnert es mich eher so ein bisschen an ein Theaterstück oder vielleicht eine Novelle. Und deswegen waren halt so die schönen Beschreibungen nicht da, die ich immer so zu schätzen weiß, gerade auch in Klassikern, wenn irgendwie noch ein bisschen schöner formuliert wurde, teilweise habe ich das Gefühl und das haben wir hier halt nicht. Und ich hätte es tatsächlich auch ganz gerne gehabt, wenn die Charaktere einfach noch ein bisschen länger ausgearbeitet werden, was einfach auch aufgrund der Kürze nicht geschieht. Aber ich muss auch sagen, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Also ich habe ja schon gesagt, ich fand es gut, ich finde es auch empfehlenswert, bitte lest es. Ja, aber ich möchte vielleicht von ihm nochmal was anderes lesen, etwas Längeres und hoffe, dass dann vielleicht so ein bisschen das, was ich hier vermisst habe, dort auftaucht. Also ein bisschen tiefere Charaktere noch und schöne Sprache vor allem, was ja immer so mein Ding ist. Und das war es für den August. Das war sehr erfolgreich, obwohl ich das nicht gedacht hätte. Ich hatte irgendwie auch viel anderes zu tun, war öfter mal draußen in der Welt, was man ja kaum glaubt, bei mir. Und wie immer freue ich mich über Meinungen zu den Büchern, die ich gelesen habe oder Empfehlungen für Ähnliches und dergleichen. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.